Moin und Mädel ihr Lieben Willkommen zurück Reinele ist wieder da er hat sich gemeldet tatsächlich nach drei bis vier Wochen seit seinem anderen tik tok video in dem er ja erzählt hat er schläft jetzt im wald wie wir wissen war das nicht so ganz richtig er hat in hotels genächtigt in ferienwohnungen übernachtet und so weiter und so weiter vielleicht sogar tatsächlich mal draußen wer weiß das schon hatte ja ab und zu mal so eine iso matte mit relativ interessant und es gab natürlich viele die gesagt haben ja lasst den armen jungen doch mal in ruhe der ist doch jetzt weg da passiert doch gar nichts mehr und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen gezweifelt und hatte auch schon überlegt ja was was mache ich jetzt lösche ich jetzt diesen kanal oder lasse ich ihn halt einfach so weiterlaufen für immer classic videos naja und dann einfach so kommt er zurück Rainer wer hätte das gedacht ja viele wahrscheinlich denn es war ja schon immer so die letzten zehn jahre haben es ja gezeigt reiner hat sich immer wieder zurückgezogen reiner kommt immer wieder er ist immer wieder da es geht alles immer irgendwie von vorne los die frage ist jetzt nur wo wo wird es weitergehen das ist die große frage wird sie in diesem tik tok video beantwortet vom elften neunten 25 jahre hass hat er es genannt wir schauen einfach mal rein hätte ich gesagt da ist er der gute reiner auf geht's gar nicht mehr so rasiert das obdachlosen leben setzt ihm ganz schön zu ich mache jetzt seit etwa elf jahren youtube also erst mal medal reiner wer fängt denn so sein video an du hast du hast auch wirklich deine wurzeln vergessen ne und youtube reiner ist geschichte außerdem ist da auch noch ganz viel juno dazwischen gewesen das war mal ganz gar nicht vergessen ich habe etwa zehn jahre hält hinter mir es geht ja schon gut los reiner du hast geschrieben 25 jahre hass wieder auf 25 jahre kommst bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher ist das so die zeit in der du in die schule gekommen bist wahrscheinlich und etwa achteinhalb bis neun jahre mobbing okay okay macht aber irgendwie nur 19 jahre oder 20 jahre also ungefähr wo sind die anderen fünf fünf jahre hass ach du und deine rechnung mensch reiner du bist halt ein ekelhafter mensch aber ich fange schon wieder an er ist halt vom charakter her einfach nur widerlich und er hat sich in den ganzen jahren nicht geändert er wurde damals in der schule schon gemieden aus diversen gründen halt aufgrund seines charakters dann später hat er sich halt versucht in dieser dorfgemeinschaft was aufzubauen und dadurch dass er halt das erbe hatte hatte er auch ein bisschen anschluss gefunden weil halt bei ihm sturmfreie bude gewesen ist da gibt es ja ein paar fotos bei denen man sieht dass reinerle da mit denen mal halt gefeiert hat und er war ja auch auf festivals kurze zeit mit denen wahrscheinlich auch weil reinerle halt ein bisschen geld hatte und hat auch irgendwie dann ja so mitgezogen wurde klar aber die leute haben natürlich auch schnell gemerkt was für ein typ mensch reiner ist ne und dass er einfach nur ekelhaft ist so das hat sich halt schnell gezeigt und dann natürlich hat er überhaupt keinen anschluss gefunden bei irgendeiner arbeit weil er halt einfach nur ein dulli ist der irgendwelche dulli jobs gemacht hat und wahrscheinlich sowieso den anderen leuten mehr arbeit gebracht hat als das er überhaupt genützt hat da irgendwo deswegen wurde ja auch so oft rausgeschmissen und hat so oft die firma gewechselt aber ihr wisst es eine ganz kurze zusammenfassung von reiner das leben und warum er überhaupt so gehasst wird oder so gemieden wird besser gesagt und das hat sich dann natürlich alles auch nochmal gezeigt in den ganzen jahren youtube das stimmt rein ja ihr kennt natürlich dann die ganze geschichte alles auf der drachen chronik nachzulesen warum wird reinerle so gehasst oder wie ich auch immer öfter mal empfehle ist die dokumentation von der einzige und die ihr euch auf youtube oder am besten sogar auf odyssee da ist sie nämlich unzensiert einziehen könnt ihr die genau aufzeigt was für ein typ mensch reinerle ist und wie er in all den jahren es geschafft hat sich diese hater community wirklich aufzubauen muss man ja so sagen Leute aus dem internet die mich überhaupt nicht kennen ja nur zwei prozent wir wissen es nur zwei prozent deines lebens sind überhaupt bekannt der rest ist ja was einfach nur ausgedachte lügen von dir die du erzählst um andere und dich zu schützen wir wissen es klar ich er braucht ja wirklich nur mal auf die drachen chronik schauen er muss ja nur mal www drachen chronik eingeben und dann sieht er ja schon wie detailliert auch alles dort drin steht also jedes video ist aufzurufen jedes schriftstück was irgendwie mal im umlauf gekommen ist von reinerle da steht sein sein ausweis sein führerschein seine bankverbindungsdaten alles mögliche ist von reinerle öffentlich zugänglich aber ja keiner kennt ihn wirklich den wirklichen reinerle es gibt menschen auf der welt kinder vor allem die mit krankheiten geboren werden oder jetzt ok ganz stark bleiben er zieht jetzt wieder irgendwelche leute da mit rein wo er sagt denen geht es natürlich viel viel schlechter als mir bla 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 und dann kommt und ich will es nicht hoffen dann kommt bestimmt ein aber aber hier ich rein alle der ja immer nur alles in den arsch geschoben bekommen hat ein haus und hof und mehrere tausend euro und dann ja auch noch ganz viele geschenke von irgendwelchen unbekannten von bei denen ich mich nie irgendwie richtig bedankt habe und eigentlich hätte ich ja ein richtig richtig geiles leben haben können aber irgendwie habe ich mir ja selber verbaut das wird er zwar so nicht sagen aber so ist es nun mal nicht mal ihr ein zweites oder sogar nicht mal ihr zehntes lebensjahr erreichen aber was hat das mit dir zu tun was hat das mit dir zu tun reiner das erste mal dass ich gegen den tod gekämpft habe Junge Junge wo kommt das denn jetzt plötzlich her ok das war mit einem halben jahr ungefähr ja wenn ich mich richtig erinnere hast du die geschichte schon mal erzählt dass deinem dass du da irgendwie ganz hohes fieber hattest und deine mutter hat dich halt nicht ins krankenhaus gebracht und dann das nimmst du irgendwie immer noch übel oder so ne damals hatte ich eine sehr schlimme grippe als baby und wäre dann fast gestorben ja aber nicht bist du irgendwie nicht du hast es überlebt rein oder also was willst du jedes kind wird halt mal krank und hat auch mal 40 grad fieber ist natürlich dann ist natürlich alarm weil 40 grad fieber ist nicht gut dann geht man halt ins krankenhaus oder zum kinderarzt natürlich und äh ja lässt sich helfen aber du hast es doch überlebt warum was soll das jetzt und ich habe schon damals gekämpft und habe es überlebt ja reiner du hast ok ich habe zehn jahre in der schule gekämpft und habe es überlebt wo ach bitte reiner meine güte du warst auf dieser dully schule ich bitte dich du warst nirgendwo irgendwo im ghetto oder so und musstest dich hier nachts mit dem messer irgendwo verteidigen ne mit roundhouse kicks und alles also jetzt hör mal auf ich habe zehn jahre in der schule gekämpft und überlebt also was denkt sich dieser typ eigentlich das ist unfassbar was in seinem kopf vorgeht er hatte wirklich das das schlimmste aller lose erwischt ne wo andere sich längst umgebracht hätten amort gelaufen wären oder anderes klar ich habe neun jahre acht neun jahre neuneinhalb jahre hate und mobbing überlebt aus dem internet ich dachte elf jahre aber gut wo andere längst amok gelaufen wären sich umgebracht hätten andere umgebracht hätten wie auch immer oh reiner das ist ja dieser talk schon wieder und reiner du bist amok gelaufen bist du öfter sogar aber du hattest halt nie wirklich die Möglichkeiten irgendjemanden wirklich schwerwiegend zu verletzen du 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 bist jedes mal oder was heißt jedes mal aber du bist sehr sehr oft aus deinem Haus rausgegangen du bist sehr sehr oft von deinem Grundstück runter und hast versucht die Leute anzugreifen die hatten aber nur nicht so wirklich die Lust sich mit dir zu prügeln die waren halt da für Entertainment um dich mal zu besuchen halt aber wenn du hättest wenn du gekonnt hättest dann hättest du auf jeden Fall jemanden zusammengeschlagen das hast du ja auch schon öfter gesagt du bist quasi amok gelaufen öfters du hattest ja auch den Pfeil und Bogen du hattest diese Spielzeugpistole du hattest die Axt die Axt die du geworfen hast mehrere Stöcker und alles du bist immer auf die Leute losgegangen Rainer mach dich hier nicht zu irgendwas besonderem denn du bist aggressiv und gewalttätig du bist hier nicht der Samariter und der na wie heißt es ähm der Pazifist das war das Wort was mir gefehlt hat äh wie du dich immer gerne hinstellst das bist du nicht du hast es nur nie geschafft irgendwelche Leute ernsthaft zu verletzen aber man hat es ja auch gesehen du bist ja schon öfter verurteilt worden wegen Körperverletzung ne hast hier mit äh Pfefferspray die Leute attackiert hast mit dem Stock aber ich wiederhole mich das wisst ihr alle es gab die Verhandlung es wird vielleicht noch eine weitere Verhandlung geben und so weiter und so weiter Rainerle ist quasi amok gelaufen in seinen Verhältnissen es gibt Kinder und junge Erwachsene und auch Erwachsene die mit viel Schlimmeren zurecht kommen müssen mit Krankheiten mit Behinderungen mit irgendwelchen Problemen ja aber wieder was hat das mit dir zu tun Rainerle gar nichts jeder Mensch hat so sein eigenes Päckchen zu tragen ne wieso vergleichst du dich nicht direkt mit irgendwelchen ähm Kindern in Äthiopien ne die wirklich nichts haben und die wirklich kurz davor sind irgendwo zu verrecken was was willst du mir mit diesem Vergleich zeigen an die die normalen Menschen so gar nicht denken ich sehe mich nicht als stark bist du auch nicht bist du auch nicht bist du auch nicht du bist stur und ein Narzisst und wirklich einfach nur dumm du das ist ja sogar bewiesen festgesetzt oh Mann wieso wieso habe ich da pausiert der guckt mich jetzt das ist schlimm ähm Rainer du bist wirklich ein ein Vollidiot du bist ein Vollidiot jeder normale Mensch ne der auch nur wirklich ein Fünkchen Verstand hat der hätte schon vor langer Zeit die Reißleine gezogen und der hätte auch nicht sein Haus und Hochverkauf und das ganze Erbe der Familie Winkler einfach mal so in den Sand gesetzt ne jeder normale Mensch hätte gesagt okay Schluss ich zieh mich zurück raus aus dem Internet ich brauche Hilfe ich suche mir Hilfe ne ich komme damit einfach nicht mehr klar es ist komplett über mich hinaus gewachsen alles die Situation macht mich fertig ich brauche Hilfe aber nein nicht so Herr Winkler Herr Winkler stellt sich halt vor die Kamera ins Internet und plärrt ah alles so schlimm alles hier ist Mobbing die ganze Welt hasst mich warum hasst die ganze Welt mich nur weil ich meine Meinung sage ja Rainer nur weil du deine Meinung sagst und weil du so bist wie du bist und weil du tust was du tust und deswegen hassen wir dich ne die ganzen Jahre haben es halt gezeigt und wenn dir jemand wirklich helfen wollte hast du diese Hilfe genommen und halt in den Dreck geschmissen weil halt die Leute auch immer mal gesagt haben ja Rainer also wir helfen dir aber du musst dir auch selber mal erkennen dass du ein Teil des Problems bist aber das wolltest du ja nie du wolltest nie das äh du irgendetwas machen musst sondern dir sollte auf jeden Fall geholfen werden ohne Gegenleistung du wirst einfach nur mit Geld beschmissen werden weil du existierst ich sehe mich auch nicht aus was besonderes das habe ich nie und das werde ich nie doch hast du hast du hast du hast du doch gerade gesagt du hast doch vor nicht mal einer Minute gesagt ich habe das und das alles überlebt ohne amok zu laufen ohne mich selber umzubringen du hast gerade eben hast du erklärt dass du etwas besonderes bist und jetzt sagst du im zweiten Satz quasi ich sehe mich nicht als etwas besonderes wie kann man sich denn innerhalb dieser kurzen Zeit selber widersprechen aber so grundlegend und er merkt es nicht mal und genau das ist das Problem er merkt es nicht ich merke schon das wird schon wieder ein etwas längeres Video und wir sind gerade mal bei der bei zwei Minuten eine Minute noch wir schaffen das ich habe einen schweren Weg hinter mir und es gibt Menschen die haben weit schwerere Wege hinter sich ja aber was was willst du mir denn damit sagen Reiner warum ziehst du immer die anderen Menschen damit rein und auch noch vor sich es gibt Menschen die kommen nicht mehr in ihrem Leben so weit wie ich wie so weit wie du Reiner du hast alles verloren Reiner du bist am Boden du hast keine Einnahmequelle mehr ne jeder hasst dich du kannst keinen Schritt draußen gehen ohne dass du irgendwie erkannt wirst so weit wie ich du bist komplett aus dem Internet raus gezogen worden und zwar nicht nur allein wegen der Hater die hast du dir natürlich selber aufgebaut diese Community das muss man mal dazu sagen aber die melden ja auch nur deine Fehler die du im Internet machst es ist ja nicht so dass die irgendwo bei TikTok oder bei YouTube oder sonst wo sitzen und sagen okay der ist weg nein die melden das ja nur was du da machst und zeigen okay dieser Mensch was der so alles von sich gibt was der so alles macht das sollte vielleicht nicht auf dieser Plattform stehen bleiben das bei YouTube das so lange gedauert hat das war schon ja aber selbst da waren das nicht mal die Hater sondern da hast du dich selber zermeldet mit dein mit deiner Strike Umgehung mit dem anderen Kanal du hält ich habe nicht vor weiter auf TikTok irgendwelche Videos zu machen ich habe auf dem Kanal hier jetzt das erste Video hochgeladen ich habe noch einen anderen Kanal wo ich zwei Videos hochgeladen und wieder gelöscht habe ja aber warum dann dieses Video warum ich mache momentan noch ein paar Projekte ich versuche noch meinen YouTube Account wieder zurück zu bekommen nein den kriegst du nicht wieder Rainer den kriegst du einfach nicht wieder selbst wenn ich ihn wieder habe glaube ich noch nicht daran dass ich da aktiv weitermachen werde doch hundertprozentig sollte es für ihn wie durch ein Wunder aber das bezweifle ich stark denn die Widerspruchsfrist ist abgelaufen zumindest habe ich das so in den Telegram Kanälen gelesen du kannst ihn gar nicht wieder bekommen ähm dann würdest du auf jeden Fall weitermachen ne kannst dir sonst so viel schwafeln wie du willst aber natürlich würdest du da weitermachen da würdest du irgendwelche Nonsens Videos hochladen nur damit du da wieder ein bisschen Barne kassieren kannst ich sehe mich nicht als besiegt du bist besiegt Rainer und genau das ist auch wieder das Problem das ist das Problem warum dieses Video Rainerle dieser ganze Talk hier vor vor dem hier totaler Schwachsinn das hast du schon x mal erzählt ne ich bin ja nichts besonderes aber ich habe ja schon so viel hinter mir ich habe ja alles schon irgendwie überlebt und alles durchgemacht oh mein Gott all das all das da kickt einfach nur wieder der Narzissmus ne du möchtest wieder Beweihräucherung und hier der Arme Reinerle der Arme alle Mobbing Opfer anstatt einfach mal die Füße still zu halten anstatt einfach zu sagen okay ist vorbei ist vorbei ich mache jetzt ich versuche jetzt was anderes oder was heißt ich versuche jetzt was anderes ich gehe jetzt in Betreuung das wäre der richtige Weg für dich Rainerle das wäre der richtige und einzige Weg für dich also für dich persönlich der dir auch gut tun würde ich brauche einen Betreuer musst du nur sagen aber ich sehe mich auch nicht als Sieger achso Sieger wobei Rainerle also neutral oder was du bist wie die Schweiz ach Mensch Junge also was hängt das hier jetzt alles in der Schwebe hm du bist nicht besiegt aber du hast auch nicht gesiegt die Schlacht geht weiter ich habe mehr als 10 Jahre meines Lebens in diesen Kanal gesteckt in meinen YouTube Kanal ja und wofür 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 für diesen zweifelhaften Ruhm den du erlangt hast dass sich so viele Menschen hassen außer nur gucken wie viele in den Telegram Kanälen rumhängen viele Leute da schreiben viele Leute das abonniert haben viele Leute die wirklich hassen und auch tatsächlich auch noch Straftaten begehen gegen dich oder für dich dieses mit dem mit dem Swatting und Feueralarm das größte Mist ist überhaupt was wenn irgendwo tatsächlich ein Notfall ist und nur weil ihr da wegen Rainerle die Feuerwehr oder Polizei dahin gerufen habt ist irgendwo ein anderer Mensch verreckt ist jetzt natürlich ein sehr krasses Beispiel aber warum muss doch nicht sein geht doch nicht auf dasselbe Niveau dieser Moskop da ernsthaft naja gut aber das ist ja zum Glück ist das ja nur ein ganz 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 winzig kleiner Teil der Hater Community ne ich hoffe höchstens einer der das ist ja und Spinner gibt's halt immer mehr als elf Jahre fast wofür ja wofür für Hass und Mobbing ja nein doch für die Hoffnung ach halt die Schnauze warum ich frage schon wieder warum dieses Video es ist reine Provokation absolute Provokation in Richtung der Hater ne oder nicht er läuft draußen rum in Freiheit nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen ne hat jetzt die ganzen drei Wochen nichts von sich hören lassen so wirklich also ja das auf der Kehr war aber das war ja nicht selber da wurde er halt gefilmt gut und dann ja wurde er ab und zu mal wieder gesehen aber ansonsten gab es ja nichts von Reiner es gab kein Video von ihm und dann haut er das hier raus keine neue Information über irgendwas was mache ich in Zukunft außer hier ja ich habe ein paar Projekte ich versuche meinen YouTube Account wieder zu bekommen aber das hätte man auch tatsächlich in ein zwei Sätzen sagen können hallo Leute ich wollte mich mal kurz melden ich versuche immer noch meinen YouTube Account wieder zu bekommen klappt irgendwie wahrscheinlich nicht so aber vielleicht habe ich noch ein anderes Projekt mal sehen ob das was wird wir sehen uns vielleicht so tschüss euer Drachendort aber nein es muss dieses Pseudomäßige oh ja ich bin ja gar nichts besonderes und ich habe ja schon so viel durchgemacht Hass und Mobbing dieses Tiefgründige dann auch noch für was für die Hoffnung ach Mensch Reiner du bist einfach ein ekelhafter widerlicher Mensch einfach nur ekelhaft und alleine dieser Gesichtsausdruck wieder da möchte ich dir nur durchs Gesicht streicheln heftigst ne ich weiß nicht wie es euch geht aber das ich sehe es einfach nur wieder als Provokation in Richtung der Hater so gut dann haben wir jetzt aus diesem schönen 3 Minuten Video in dem Reinerle quasi nichts sagt außer ich bin derjenige ein schönes 25 Minuten Video gemacht fast zu 25 Jahre Hass ihr Lieben ich bin gespannt ob da noch was kommt also natürlich kommt da noch was ihr seht es ja wie gesagt ein Video ohne ohne Inhalt nur Provokation ne da wird noch was kommen klar und ich überlege mir wie das mit diesem Kanal hier weitergehen wird ob ich noch weiter Classic Videos machen werde weil momentan gibt es ja so viele die auch die ganzen alten Reiner Videos machen und das Problem ist halt auch irgendwie hat man das halt auch schon alles irgendwann mal gesehen ne irgendwie irgendwo ja also das soll es erstmal gewesen sein für heute alles Gute Metal Off schon das je das schon richtig ist es